Sind Sie ein deutscher Staatsbürger, der beim Gemeinderat der Stadt Amsterdam registriert ist, so ist das folgende für Sie. Als europäischer Bürger haben Sie das Recht, an den Kommunalwahlen, welche am 21. März 2018 stattfinden, teilzunehmen. Die anderen politischen Parteien werden Ihnen das natürlich nicht sagen. Plattform Amsterdam ist eine lokale, progressive Partei, die freundlich zu Migranten und Expatriaten ist, welche in Amsterdam leben. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Es gibt politische Parteien, die sogar aus Europa stammenden Einwanderern feindlich gesinnt sind. Es gibt Parteien, die die Stadt für Touristen aus anderen Ländern schließen wollen. Plattform Amsterdam möchte unsere wunderschöne Stadt offen, frei und einladen für die meisten Expatriaten halten und gleichzeitig sicherstellen, dass sie sauber und sicher für alle bleibt, die eine lebendige Wirtschaft und ein soziales Leben haben und das uns die ganze Welt beneidet. Wenn Sie Amsterdam mögen und wollen, dass es seinen offenen und freien Charakter behält, der seit Jahrhunderten sozialen Raum für alle Arten von Experimenten mit Kultur und individueller Freiheit bietet, dann sollten Sie sich überlegen, für die Plattform Amsterdam zu stimmen, damit wir im Stadtrat für die Wahrung der historischen Freiheiten dieser Stadt kämpfen können. Plattform Amsterdam wählen Sie am 21. März in der Stadtverwaltung für eine aus dem Ausland stammende und umweltfreundliche Partei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017